Nachdem wir uns nun mit den Fragen der Arzneimittelhaftung befasst haben, noch ein kurzer Ausflug in das Arzneimittelstrafrecht. Denn das AMG enthält auch Spezialnormen zur Strafbarkeit, etwa § 95 Abs. 1 und Abs. 2 AMG mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft. Wir entgegen § 5 auch in Verbindung mit § 73 Abs. 4 oder 73a als Neimittel, bei denen der begründete Verdacht auf schädliche Wirkung besteht, in den Verkehr bringt und so weiter. Auch der Versuch ist strafbar. § 5 Sie erinnern sich, ich hatte das bereits als die zentrale Vorschrift bezeichnet, auch im Zusammenhang mit der Haftung. Denn hiernach ist eine Nutzen-Risiko-Abwägung vorzunehmen. Bedenkliche Arzneimittel dürfen nicht in den Verkehr gebracht werden. Daneben gibt es eine Strafbarkeit wegen besonders schwerer Fälle der vorgenannten Straftaten. Diese liegen vor, wenn durch das Arzneimittel eine große Anzahl von Menschen gefährdet wird. Eine solche Gesundheitsgefährdung wird aber in der Regel bei Arzneimitteln vorliegen, weil diese in einen breiten Markt in großer Anzahl gegeben werden. Wenn hierdurch ein Mensch in die Gefahr eines Todes gebracht wird oder die Gefahr einer schweren Schädigung an Körper oder Gesundheit. Wenn aus grobem Eigennutz für sich oder einen anderen große Vermögensvorteile gezogen oder erlangt werden sollen. Was bei Arzneimitteln, die in großem Stil natürlich im Markt vertrieben werden, wahrscheinlich auch immer der Fall sein dürfte. Bei einer Fahrlässigkeitstat reduziert sich die Strafe wieder ein wenig von einem Jahr bzw. Geldstrafe. Neben den Strafvorschriften des AMG greifen natürlich auch die Strafbarkeitsnormen des allgemeinen Strafrechts im Strafgesetzbuch. Die fahrlässige Tötung nach § 222 StGB, die fahrlässige Körperverletzung gemäß § 229 StGB. Der Totschlag § 212, die vorsätzliche Körperverletzung § 223. Das Ganze möglicherweise durch Unterlassen in Verbindung mit § 13 StGB, also der Garantenstellung. Und hierzu ist zu sagen, dass etwa der Vorstand eines pharmazeutischen Unternehmens eine solche Garantenstellung gegenüber den Patienten hat. Spätestens ab dem Moment, wo er erkennt, dass mit dem Medikament etwas nicht stimmt. Und hier kann sich dann auch aus dieser Garantenstellung die Garantenpflicht ergeben, etwa Warnhinweise zu veröffentlichen in Absprache mit dem BfArM oder Medikamentenrückrufe zu starten, jedenfalls aktiv zu werden, sodass es strafbar wäre im Sinne des Unterlassens nichts zu tun. Und hier kann sich auch ein einzelnes Vorstandsmitglied beispielsweise strafbar machen, wenn er etwa solche Entscheidungen, nach denen nichts getan werden soll, mitträgt. Man kann sich dann auch nach der Rechtsprechung nicht etwa damit entlasten zu sagen, eigentlich wäre ohnehin überstimmt worden, sondern man hätte es zumindest versuchen müssen. Nun, Normadressaten können im Zusammenhang mit diesen Straftaten viele Personen sein, denn an der Arzneimittelentwicklung, Produktion und dem Arzneimittelvertrieb sind viele beteiligt. Im Strafrecht können auch mehrere einen kausalen strafrechtlichen Erfolg verursachen und zu vertreten haben. Besondere Funktionen nach dem Arzneimittelrecht wie sachkundige Personen oder Stufenplanbeauftragte, Personen, die im Forschungs- und Entwicklungsbereich tätig sind, Vorstände oder Ähnliches, haben natürlich herausgehobene Stellung. Aber es gibt eben keine Beeinträchtigung dieser Funktion, wenn Mitarbeiter Probleme erkennen und diese nicht kommunizieren können, sie sich ebenso strafbar gemacht haben wie Leute, die Entscheidungen treffen, Arzneimittel, die ein negatives Nutzen- und Risikoprofil haben oder wo man davon ausgehen muss, dass sie das haben, weiter im Markt zu belassen. Es ist also kein Sonderdelikt, ich muss keine besondere Eigenschaft erfüllen, sondern jedermann, der hier im Zusammenhang tätig wird, kann sich strafbar machen. Es kommt deshalb letztlich auf die tatsächliche Organisationsverteilung innerhalb des Unternehmens an. Das heißt, neben einer klassischen Täterschaft nach § 25 Absatz 1 StGB kommt auch die Beihilfe in Betracht, denn ich kann ja auch jemanden unterstützen, eine bestimmte Entscheidung zu treffen oder aufrecht zu erhalten. Das heißt, wir müssen die Beihilfe in Betracht, denn wir müssen die Beihilfe in Betracht halten. Das heißt, wir müssen die Beihilfe in Betracht halten.